Ja! Ja! Geil! Warte! Würdest du dich schlagen oder was? Ja! Hast du Bock auf eine Annäherungsmine? Ja! 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 Nein! Nein! Ding Dong! Schön, dass du wieder einstellst! Habt ihr Bock auf Barty? Ja! Nein? Egal, zockt mal trotzdem! Gemeinsam mit Deko! As-Talama! Hallo, Muchachos! Da geht's euch wie mir! Aua, 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 Aua! Ihr nützende poliert GTA-Partymap in mein Gesicht! Oh! Naja! Nicht nur ne Bartymap! Ich tue mein Bestes! Und äh, was? Nicht nur was? Hallo? Hallo? Oh, wir starten direkt hier mit nem Slide, oder was? Yeah, Baby! Hast du Bock? Okay, viel zu viel, viel zu viel Anschwung! Ich weiß sogar nicht mehr wie das geht! Muchachos, die sind absolute Barty-Profis! 90 Grad und dann war das ja... Irgendwie einmal drehen! Aber man hat wirklich... Oh, ich bin durch! Loll! Loll! Aber ich bin eher durchgefahren! Das will ich nicht so machen! Ich read-fall nochmal! Hey, aber... Wie... 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 Geht das nochmal? Ach man, ich... Man macht es auch 5 und 4, oder nicht? Also eigentlich... Also eigentlich 90 Grad und dann! Aber du hast die kaum Zeit, was zu machen! Deswegen fahre ich mal ein bisschen langsamer! Habe ich auch gerade überlegt! So! Ja, es würde fast gehen! Also das wollen wir jetzt schon richtig machen! Hier den Lachs! Komm schon, Baby! Nein! 90 Grad! Ach stimmt, man kann sogar dann aufhören, ne? Mit 90 Grad! Ja, hab's... Ein bisschen langsamer fahren, dann ging's eigentlich recht gut! Aber endlich mal wieder Barty! Ich hoffe, ihr seid geil! Ja, endlich Barty! Ja! Ja! Geil! Barty! Du hast das hierher geschafft! Das war gar nicht so schlecht! Ich bin ein... Ich... Ja, ich find's so schwierig! Weil das so nah dran ist! Und wenn ich langsamer fahre, würde ich einfach immer zu langsam! Und hab kaum Zeit, überhaupt 90 Grad reinzukommen! Weil ich dann schon wieder rande! Ja! Das hat bei mir auch nicht funktioniert, deswegen musste ich das kombinieren! 90 Grad hab ich nicht hinbekommen! Alles in... Oh! Alter, was? Hast du grad einen Flummi-Ball gemacht? Ja, einen Flummi-Ball? Ich bin auch rückwärts gefahren, Alter! Ja, ich wollte grad sagen! Flummi-Allo! Der gute alte Flummi-Ball! Entzorriert bitte gerade! Mein Greenscreen war noch nicht ganz richtig! Aha! Also mein Greenscreen war schon richtig, aber meine Beleuchtung war nicht richtig! Deswegen war der Greenscreen nicht ganz ausgefiltert! Höh! Weiter geht's! Der kleine Schlitzsprung war auch für mich kein Thema! Ich hab mal wieder Bock auf Barty, Digga! Das darf nicht zu krasse Barty-Action sein! So wie es hier gerade ist, ist perfekt! So kleine Sachen... Bis jetzt ist noch relativ human! Keine Ahnung, was wir machen müssen! Wo müssen wir hin? Ich glaube zu den Verfeilen, oder? Also wenn wir das nicht sehen können! Hey, hinten zum Flughafen, oder? Ich hätte gedacht hier! Ich hätte gedacht zum Flughafen! Ui! Ja! Okay, hier war richtig, ne? Ja! Wo ist der Lachs? Hä? Wo liegt's da drinnen? Ja, ich dachte erst noch ein bisschen zum Flughafen! Da ist er auch scheiße geworden! Alter, du musst auf jeden Fall auf die Straße! Ich bin da gerade einfach nur gegen geknallt! Auf die Straße! Ich hab den Punkt nicht gesehen! Auf die Straße! Auf die Straße! Der Punkt ist irgendwo in der Tube drin! Aber da musst du dann hochfahren, glaube ich! Ja, aber dann könnte man nicht... Okay, ich versuche da, wo die drei Pfeile da sind, da versuche ich jetzt hinzugleiden! Mit meinen mäßigen Gleitskills! Ey, ich hab so Y-Party-Gleitskills! Ey, ich hab das so verlernt! Ich bin knapps am Vorbei gescheppert! Aber das, äh, da kriegen wir den! Das ist auf jeden Fall machbar! Ich bin ja richtig schlecht! Ja! Fällt die Beschreibung aus! Ja! Link zu Instant Gaming! Ja! Unser Partner! Link zu Merch! Küsschen geht raus! Aber vor allem! Link zu Twitch! Wir bemühen uns gerade wieder sehr regelmäßig zu Livestreamen! Wir versuchen auch häufiger zu zweit am Start zu sein! Puh! Jetzt fangen wir jetzt auch an mit Landwirtschaftssimulator im Livestream! Wir zocken gerade sehr viel Apex Legends im Livestream! Das ist natürlich so wieder eine sehr große Empfehlung wie draußen! Falls ihr einen neuen Shooter sucht und euch Warzone oder Call of Duty einfach zu ekelhaft geworden ist! Ähm! Dann checkt gerne mal bei Apex Legends rein! Wir haben da jetzt seit drei Wochen echt mega Spaß dran! Ähm! Welcher Pokémon gezockt als es raus kam? Also da passiert viel! Lost Ark haben wir auch versucht zu zocken! Versuch! Das klappt! Ja! Ja! Alter! Du bist doch mit vier Parsec vorbeigeatetet, Alter! Ne! Ich bin mit vier Parsec aufgeschlagen! Einfach gestorben, Alter! Eine Entfernung! Immer einer! Wenn ich sage mit 80 Parsec! Man lernt's mir endlich das! Das und das! Wie sagt Chaco, Alter! Digga! Lichtgeschwindigkeit! Vierfache Lichtgeschwindigkeit! Ich brauche ja zwölf Lichtjahre dafür! Ähm! Ne! Ich bin mit acht Parsec aufgeschlagen! Ich bin einfach zerschmettert worden! Schon wieder ganz knapp vorbei! Ey! Das geht doch nicht! Das ist ja merkwürdig gewesen! Das geht nicht! Weil eigentlich sah es aus, als wäre ich gut drauf gelandet! Ich bin schon zweimal drauf gelandet! Aber du rasierst da durch mit vierfacher Schallparsec Geschwindigkeit! Dass du nicht abbremsen kannst! Schallparsec Geschwindigkeit? Versuch jetzt ein bisschen abzubremsen! Das ist die Geschwindigkeit mit der man 14 misst! Ich glaube schon! Ab zwölf Parsec! Ab zwölf Schallparsec wird's gefährlich! Weil da reißt dann die Boxershorts! Übrigens erfunden von Frau Schall Parsec! Ey! Ne! Ne! Das kannst du vergessen! Das geht so nicht! Muss irgendwie anders gehen! Vielleicht doch von oben rein droppen Minitube! Ja! Vielleicht so! Also was wir gerade machen ist falsch! Komplett falsch! Das geht nicht! Ich bin mir da nicht so sicher! Deswegen versuche ich's nochmal! Ich hab's jetzt schon dreimal oder viermal auf die Straße geschafft! Aber immer mit vier Milliarden! Ich war auch nicht einmal! Ich war einmal drauf bisher! Warte mal! Vielleicht dieser Pfeil links! Das zeigt dir auch was! Weil unter uns ist ja auch noch eine Rampe! Ist da irgendwie auf? Wo ist der scheiß Punkt? Ich lande jetzt! Ich lande jetzt! Ich glaube ich glaube wir müssen auf dem Dach einfach von der Arena landen! Mach das denn auf! Hey! Dach der Arena? Ja! Dach der Arena? Fängt ja auf der Straße an! Aber der Punkt ist weiter oben! Warte mal! Der Punkt ist auf der Tube drauf! Ich geh's oben auf der Tube! Ja! Okay! Nee dann! Ich geh's da jetzt einfach rein! Aber das sieht so aus als würde der ganze andere Kram quasi danach kommen! Ja dann kommt das doch auch danach! Und dann in der Tube fängt die Straße an! Und dann in der Tube fängt die Straße an! Also doch oben in die Tube rein! Oben einfach in die Tube rein! Okay das ähm... Ja! Just try übrigens! Das muss ich jetzt erstmal... Ja! Weil du kommst dann nachher nicht nach oben! Das heißt du startest... Noi! Aber du können mal ganz kurz festhalten, dass ich auch beim First Strike drin war! Profi-Möße... Ne! Die Kontrolle verloren! Putz! Ich verliere leider immer wenn ich mich dann grade stellen will! Wenn ich ihn droppen will... Verliere ich kurz die Kontrolle... gleite noch irgendwo ein bisschen andere richtung und da muss ich noch da retten und das klappt nicht meine genauigkeitsgleitskiller weil ich jetzt noch krasser nach oben drei punkte für griffindor ja drei punkte für haffelpuff sorry dico ist nicht griffindor sondern haffelpuff ich bin wenn dann bin ich was gab es noch griffindor haben ja ich bin ravenclaw ok niemand wird haffelpuff sein sind das die schlauen haffelpuff oder so dass die weisen ich kenne die ganzen also haffelpuff sind weil die schlauen ungeschickten griffindor war ja mutig oder auch schon was oder an sich die sind ja nicht lustig oder so weil sonst wäre niemand slytherin sein vielleicht sind die einfach so ehrgeizig weißt du ehrgeizig wow da muss man rüber springen holy moly okay das richtig muschi oder wieder so richtig typischer marvin der wieder vorsichtig langsam fährt richtiges profi geradeaus war man kennt es aber ich lol aber jetzt krieg ich es hin so schade ich hatte damit gerechnet dass du gegen mich fährst und erfällst direkt aber die leute haben sich aufgeregt in der clowns folge dass wir zu viel gut haben mit dem komischen der dann würde es zeit ist mit der bart noch mehr zu gutem taucher was für ein flachland ist auch bei männern ist das ist das eine beleidigung flachland und ein bizeps heute schon wieder abgenommen besonders dünn aus richtiges kompliment wobei ich könnte fast als kompliment nehmen echt bei männern ist das eigentlich so direkt mit willst du dich schlagen oder was ist aufs maul oder was auf frechst du doch auch oder wie heute da lasse ich dich als erstes runter springen wobei ich es hier ist einfach 321 ja probos er regelt den tag wo war denn da ein risiko da war eine pilone im weg ich wusste nicht wo ich lang fahre so wie ist das anders weißt du okay also wenn du die pilone gesehen ist und sonst nix dann hätte ich gesagt okay risiko ich ran dich jetzt wechselt mit dir ich fahre einfach nach vorne richtiger mieser ficker das mit einem das mit einem lauf ja wo warst du nicht was willst du mich ficken oder was ich bin doch an dir vorbei er hat mich runter und sagt er ist nett zu mir alter bei mir bist du bei mir bist du straight gegen mich gefahren und ich bin abgeprallt ich bin rechts an dir vorbeigefahren digga in welchem universum alter digga hundertprozentig digga hundertprozentig ich schicke dir gleich meine aufnahme alter du bist straight gegen mich gefahren ich bin abgeprallt runtergefallen ich dachte warum beleicht er mich wenn ich an ihm vorbeifahre der dieser miese knilch digga also entweder gta server on fleek oder marvin einfach der mieseste spassi auch vom jahren jetzt muss ich wirklich wieder warten ich ziehe schon mal nach vorne jetzt müssen wir nämlich zu den drei feilen hier lang krusen das ergibt auch sind also wirklich mit dreifacher schallfahrt weg das weiß ich nicht ja oder richtig chillo richtige gta schräg hast du die richtigen gta profis landen da gar nicht drauf hast du eigentlich auch in deiner freizeit oder im privaten leben diese diese laute gibst du die von dir aber die situationen kommen auch gar nicht auf mein normalen leben alles umreißen ja es sind so spezielle zocklaute ja machen wir first try ich weiß ich bin heute nicht in meiner gleitphase dass ich überhaupt eine habe ist schon nicht gut also ich habe ich bin nicht mal untergeguckt ich bin so richtig gar hier durchgekommen aber im zweiten teil hier bin ich dann einfach abgeprallt ich bin schon wieder mal wieder hallo jetzt aber jetzt zu langsam hey warum bin ich zu langsam verziehe das heißt du musst hier echt fullspeed durchfahren oder was wird ja es ist sich der windschatten war ich habe es ohne winter dieser lachen weil du ein anbis ich wollte oben drauf eigentlich aber so genau wäre oben drauf richtig gewissen oder müssen wir hier lang wahrscheinlich müssen wir hier lang oder das würde sinne geben ich habe keine ahnung aber ich muss sagen bisher party map zockt sie selber sogar von deko empfehlung ja ich meine ich bin überhaupt kein großer party fan aber selbst wenn ihr gta party noobs seid den ersten punkt könnt ihr schieben da kann man irgendwie so durch durch lieben das geht also ja einmal fahrt diese scheißdinger durch weil ich so geil gerade ausgefahren bin beim ersten schon verkackt du brauchst auf jeden fall nicht ganz durchfahren und kannst ab der hälfte rausspringen oder man fährt alles einzeln dann sollte man geradeaus fahren ja und auch wieder perfekt gerade also bei den letzten beiden alle hast du bock auf eine annäherungsmine ich habe bock dass sie nicht fahren zu müssen schade ich dachte mit der mit der s bremstechnik er geht klar aber leider nicht funktioniert ich muss hier straight geradeaus fahren wenn ich hier schneller machen dann schafft ich das nicht jetzt durchblieben wenn du hast du dich los so dicke schlepphoden ganze die nicht nicht weg diskutieren spüre sie an meinen füßen Deko benutzt seine schlepphoden um seine wohnung zu fegen deswegen hat er auch so lange roten haare nein nein beim letzten macht gar nichts Digga einfach geradeaus fahren ob du dich positionierst ey richtiges profi alter richtiges profi ich hab mich von dir stressen lassen jetzt bin ich wieder schuld Digga ich bin ich bin eigentlich das opfer in dieser rolle ja ich muss hier schon wieder warten ich hasse warten und er beleidigt mich jetzt auch noch dafür dass er zu knacko ist ey was ist eigentlich ein knilch kannst du mir auf jeden fall ein knilch ein pokémon ich kenne das noch aus dieser weihnachtsbäckerei da sagt er auch knilch in der weihnachtsbäckerei sagt er knilch ja in der weihnachtsbäckerei in der bäckerei und er beleidigt sein 11 oder was bist du mancher knilch ja jetzt hast du dir zu euch ich bin dann wenn du mich so sicher am achten ob das der originale text ist richtig richtiger Huren ist ein richtiger Huren Song auch geil ey aber ja also meines wissens ist das so ja ja dann würde ich gerne mal die meinung der zuschauer in den kommentaren haben Geht das Weihnachtsbäckerei-Lied wirklich so, dass da Knilch drin ist? Kannst du mir bitte sagen, was wir hier machen müssen? Wir müssen hier Punkte einsammeln. Ach nein. Ach so, dann sind alles Fake-Punkte hier, ne? Oder? Das sind alles Fake-Punkte? Das sind keine Fake-Punkte. Das war gerade so Arschkotze. 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 Fake-Punkte. Ja. Ja. Wir machen es heute mal wieder. Ich wollte den Warwick weiterfahren auf den. Also mach es so wie ein Profi, meinst du? Ganz genau. Ganz genau nicht. Impossible. Was ist das hier eigentlich für eine Bartimap? Impossible? Fragezeichen. Kommt da noch was? Ciao. Was ist hier impossible? Das ist die Frage. Was ist hier impossible? Impossible? Der Sprung ist mich komplett verkack-eiern, Alter. Hier impossible? Hier lasse ich Deko durchfahren. Mal schauen, was passiert. Oh yeah. Feuerball! Äh. Ja, hier ist falsch. Ich wollte sagen, das ist ein Troll, ne? Also musst du hier auch an der Seite langfahren. Hier so? Huah! Ähm. Huah! Nee. Deswegen impossible? Einfach unten langfahren. Wir könnten wieder zurückfahren. Versuch's auch nochmal so, aber besser. Aber vielleicht? Wieder zurückfahren? Ist ja so ein mieser Lachso. Kann man da unten langfahren? Hä? Impossible? Okay, deswegen. Ah, ich verstehe. Vielleicht könnte man, wenn man so einen leichten Bogen fährt, hier von unten nach oben, bis zum Verwandlungspunkt kommen. Ah, es wird auf jeden Fall funktionieren, ja. Ja. Es würde gehen, ja. Uh! 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 So, jetzt fahr' ich jetzt zurück. Mieser, Klaxigon, ey. Nein! Das ist, glaube ich, noch ein bisschen ein bisschen das Ziel. Nein, nein, nein. Was denn? Wir müssen wieder jetzt hochfahren? Ach, nur... Ah, das ist da. Der erste Punkt geht hier gerade aus. Oh, ich dachte, wir müssen... Aber ich dachte auch gerade, wir müssen ganz hochfahren. Oh, alter schön. Das wär's, ja. Habe ich auf den ersten Blick auch gedacht. Zum Glück nicht, äh. Aber da gehört echt das Ziel, ne? Ja, geil. Ein Punkt noch, dann Ziel. Also, der Bartimap, er ist relativ leicht. Es sind ein paar Gleits dazwischen. Aber die gehen alle. Als ob das nicht ein Troll ist, oder? Der Punkt ist wahrscheinlich direkt unter der Rampe, oder? Er ist weiter weg. Okay, wir kommen ab. Du hast einen Versuch, ich hab einen Versuch, ne? Oh. Let's go. In der Tube rein. In die Tube vor uns. Oh, ja. Müssen wir da irgendwo speziell rein? Einfach rein droppen, würde ich sagen, oder? Einfach rein droppen. Richtig verkackt. Ich weiß, wie man das verkacken konnte, ne? Ey! Aber ich hab wieder alles los. Ich hab auch verkackt. Ist du gestorben? Nee. Heißt, du bist echt nicht reingekommen? Äh, ich bin drin gewesen, aber da ist ein Loch. Digger! Wie heißt ein Loch? Alter, ist das assi. Was heißt, da ist ein Loch? Das siehst du dann. Also, man braucht hardcore viel Pech, um da reinzufallen. Und, ja. Das Beste. Genau das Pech hatte ich. Vielleicht hast du auch das Pech. Wird's feiern. Ach, das Loch meinst du? Ja gut, so viel Pech braucht man da gar nicht. Es ist Physik. Bist du da auch durchgeknallt? Ja, am Rand einmal, einmal lang nach unten und dann an der Straße vorbei, äh, durchs Loch. Naja. Hast du auch? Ja. Echt? Ja. Es ist einfach für sich, ne? Wenn du da Fullspeed reinschmetterst, dann steilest du nur mal an der Wand lang, ne? Und die Wand führt dich da in das Loch rein. So, jetzt mal straighter von oben nach unten zu droppen. 4, 3, 2, 1, 2. Ja, ey, ja, Alter, Junge! Wie? Welche Universum war das jetzt möglich, Alter? Digga, richtiger Magnet. Ey, und wie so eine Kerze nach unten. Ey, deine Mama. Der Map, der gefällt mir nicht. Das war doch geil. Weiterempfehlung von DQ ist da. Daumen nach oben. Hallo. Zockt sie nicht. Weiterempfehlung ist da. Ciao, ciao.